Liebe Anita, lieber René, liebe Trauzeugen, Zeuginnen, liebe Freunde und Familienangehörige des heutigen Brautpaares, ich darf auch jetzt auch offiziell hier in den Räumen des Standesamts Badgastein, heute am 7. August 2020, zur Eheschließung von Anita und René, jetzt auch offiziell herzlich willkommen heißen. Ihr beide, liebe Anita, lieber René, ihr beide habt mit Sicherheit das Gefühl, füreinander bestimmt zu sein und die Überzeugung, in eurem gemeinsamen Leben nicht nur gut miteinander auszukommen, sondern auch glücklich zu werden. Aber nur im Inneren, im Herzen des Menschen ist Glück eigentlich wirklich spürbar. Und euer Ziel als junges Ehepaar soll es sein, dieses Glück in eurer Ehe zu finden. Glück macht die Liebe, die ihr eurem Partner schenkt, die ihr ihm Gutes tut und das ihm tut, auch wenn Opfer notwendig sind und auch diese Opfer für den jeweiligen Partner dann bringt. Der wahre Frieden kommt von jedem Menschen her und er ruht in jedem Einzelnen. Ich wünsche euch, liebe Anita, lieber René, dass ihr für euer gemeinsames Leben, den inneren Frieden, den Frieden in eurem Heim, genauso wie den Frieden mit eurer Umwelt, für den jeder doch für uns etwas auch Verantwortung trägt, erfahrt. Um diesen Frieden in einer Ehe zu finden, liebe Anita und lieber René, solltet ihr euch ganz einfach ausgedrückt nur vertragen. Dieses Vertragen, dieses liebende Miteinander. Versucht daher, die Zukunft nach Möglichkeit gemeinsam zu planen und auch gemeinsam zu gestalten. Sich in allen Belangen des Lebens miteinander zu besprechen. Die Meinung des anderen und die Ansicht des Partners zu respektieren. Und in die eigene Entscheidung mit einzubeziehen und auch selbstverständlich dann gemeinsam zu tragen. Die Meinung des Landesfels Versucht, die Zukunft nach einer Ehe zu sitzen. Dann Tiere aus Schmanen Die Musik nach der Musik nach einer Ehe zu schärfen. Und in die Zukunft nach einer Ehe zu reden. Ich würde mich von ganzem Herzen bei dir bedanken, für die ganze schwere Zeit, als wir auf dem Kopf haben. Für das, dass wir immer die Kraft haben, dass wir zueinander gehalten haben. Dass wir uns nicht aufgegeben haben. Und dass die noch schwarze Entscheidung, die für uns entschieden ist. Ich habe mir immer noch drei Sachen gewünscht im Leben. Erstens, dass ich mich finde, der genauso ist wie du. Und du ergänzt mich so. Und es passt einfach so richtig. Natürlich, dass ich mit demjenigen Menschen alt werden kann. Mit selbstverständlicher Hochzeit. Mein größter Traum ist sehr gerade in mir. Das ist so schön. Wie geht es? Eben, oder? Nur danke. Danke.